Was ist der Verdacht auf eine so genannte Krebserkrankung? Wenn man den Verdacht auf eine so genannte Krebserkrankung hat, dann wird man versuchen, Zellen zu gewinnen oder eine Gewebsprobe zu gewinnen, von der man meint, dass sie Teil der Krebsgeschwulst oder der bösartigen Erkrankung oder der Blutkrebserkrankung ist. Also bei Blutkrebs, in der Regel werden sie eine Blut- oder Blutkrebsverdacht, muss man ja korrekterweise sagen, werden sie in der Regel eine Blutabnahme machen und schauen, ob sie in dieser Blutprobe mit irgendeiner Methode, Mikroskop oder womit auch immer, das kann man später erklären, Krebszellen nachweisen können. Wenn sie zum Beispiel Brustkrebs nachweisen wollen, dann wird man logischerweise aus der Geschwulst, die im Verdacht steht, eine krebsgeschwulst zu sein, eine repräsentative Gewebsprobe versuchen zu gewinnen. Und das gilt im Prinzip für alle anderen Krebsarten genauso. Ein mikroskopischer Nachweis ist zum Beispiel bei einer Blutprobe ein Blutausstrich, den sie nach herkömmlicher Art, wie es seit Jahrzehnten ein Usus und Gebrauch ist, in das Mikroskop legen und beurteilen. Oder eben ein Stück einer Gewebsprobe, das sie nach entsprechender Aufbereitung und Aufarbeitung durch den Pathologen ebenfalls im Mikroskop beurteilen. Ein zytochemischer Nachweis ist grundsätzlich sehr ähnlich dem mikroskopischen Nachweis, nur nimmt man sich zu Hilfe, dass mit bestimmten chemischen Reagenzien spezifische Strukturen auf Krebszellen so reagieren, dass sie sie besser von gesunden, von anderen Zellen unterscheiden können und dadurch sozusagen ein besseres Merkmal haben als die reine Gestalt der Zelle, um eine kranke Zelle von einer gesunden Zelle zu unterscheiden. Ein zytogenetischer Nachweis ist der Nachweis auf eben genetischer Ebene einer Zelle, sprich auf chromosomaler Ebene von Zellen, von denen sie vermuten, dass sie bösartig entartet sind. In der Regel sind das Blutproben und man versucht in vielen Fällen, in den meisten Fällen, auch an den Entstehungsort des Blutes zu kommen und von dort Proben zu entnehmen, sprich aus dem Knochenmark. Ich muss dazu sagen, das Knochenmark hat nur eine im Deutschen sprachliche Ähnlichkeit mit dem Rückenmark, es hat damit gar nichts zu tun. Das Knochenmark finden wir mit allen unseren Knochen, Brustbein, Oberarmknochen, Beckenknochen, Rippenknochen, Oberschenkelknochen und ist weit weg vom Rückenmark. Ich sage das deshalb, weil hier die deutsche Sprache eine Ähnlichkeit oder einen Zusammenhang signalisiert, der gar nicht besteht. Das, was Sie im Blut sehen, ist ja genau genommen die Endstufe der Entwicklung aller Blutzellen, die im Knochenmark ihren Ausgang nimmt. Und natürlich ist es nachvollziehbarerweise sehr oft sinnvoll, an der Produktionsstätte sich umzusehen und nicht nur beim Endprodukt. Im Prinzip relativ wenig. Natürlich ist das eine Untersuchung, die in der Regel im Bereich der Hüfte, selten im Bereich des Brustbeins, manchmal im Bereich des Vorderteils des Beckens durchgeführt wird, also sprich mit einer dickeren Nadel eine Art größere Stichverletzung darstellt. Dementsprechend sollte die Blutgerinnung einigermaßen funktionieren. Wir haben natürlich oft das Problem, dass gerade bei Patienten, die an einer Bluterkrankung leiden, auch das Blutgerinnungssystem eingeschränkt, kompromittiert, wie wir sagen, ist. Und wir müssen sie dann in der jeweiligen Situation eine Entscheidung treffen, ob sie zuerst die Blutgerinnung verbessern oder ob sie mit den vorhandenen Auskommen und risikoarmen für den Patienten die Untersuchung, die oft auch aus zeitlichen Gründen dringend notwendig sein kann, durchführen. Ich würde sagen, sie ergänzen sich. Ich würde da jetzt keine Gewichtung oder Form-Nachteil-Kategorisierung vornehmen, sondern der Vorteil der klassischsten und der ältesten Methode des Mikroskops ist natürlich die einfache Verfügbarkeit. Der Vorteil der ganz modernen, hochsensitiven Methoden ist eben eine Präzision, eine Genauigkeit, die wir uns früher mit der Methode eines Mikroskops oder auch später einer zytogenetischen Untersuchung oder eben einer zytogenetischen Untersuchung nie vorstellen konnten. Aber natürlich ergänzen sich diese Methoden und finden auch heute ihren Platz nebeneinander und nicht an Stille. Untertitelung des ZDF, 2020